So, dann schauen wir mal, was bei Freya los ist. Ich bin hier übrigens auf meinem Server. Hm, der sieht schon mal ungesund aus, der da liegt. Freya kehrt nach Hause zurück, okay. Aha, sie haben da einen Mann, aber nicht die sehr sehr gerissen. Willst du traurige Lieder singen? Ich nehme einfach mal das Selbstlose. Okay, gut, dann suchen wir mal. Ja, okay, der Krieger wurde brutal erschlagen. Hier ist nichts außer dem Gestank des Todes. Gibt es hier noch mehr? Normalerweise hat sie ja nur diese zwei Begleiter. Irgendwas, was ich ihr klauen kann? Hm, nee. Dann bin ich wohl doch nicht ganz so selbstlos. Ach, da ist noch einer. Ich habe eine Notiz gefunden. Kann ich jetzt... Wir haben einen Auftrag und müssen diskret vorgehen. Wir sollen den Schmied aus seiner Hütte auf dem Hügel holen und nach Sturmwacht bringen. Wenn wir ihn nicht in einem Stück abliefern, gehen wir leer aus. Andernfalls bekommen wir alle genug Gold, um uns einen Sitz im Hohen Rat zu kaufen. Allerdings haben solche Aufträge immer einen Haken. An dem Schmied muss mehr dran sein, als man auf den ersten Blick sieht. Bring ihn in einem Stück zurück, Vetter. Geh keine Risiken ein, errege keinen Verdacht, der den Clan mit der Sache in Verbindung bringt. Einer hatte eine Notiz. Das ist ein Vanir-Place. Du findest es in Westen hier. Ich bin nicht bereit. Du musst mir ein bisschen Zeit geben. Okay, gut. Das war Step 1. Dann gehen wir mal zur Sturmwacht. Dann lass mal gucken, was hier los ist. Was erwartet uns? Was haben wir denn hier überhaupt? Nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Oder auch nicht. Und gucken, was wir hier finden. Wir haben hier eine Notiz gefunden. Und Goldmünzen. Und noch eine Notiz. Schauen wir uns das mal an. Keine Sorge, Vetter. Ich ziehe den Auftrag mit einigen Exzellenten durch. Wenn sie etwas können, dann Keulen schwingen. Sobald wir wieder in Sturmwacht sind, lege ich sie um. Niemand wird sie vermissen und niemand wird erfahren, dass wir an der Sache beteiligt waren. Was haben wir hier? Glücksritter, ich habe einen Auftrag der Diskretion verlangt. Ich bezahle 300 Goldstücke für die Ergreifung und Auslieferung von Angvar, dem Schmied. Er lebt in einer Hütte auf den Hügeln östlich von Neu-Athergard. Bringt ihn unversehrt zu mir und ich werde euch reich belohnen. Solltet ihr ihn verstümmeln oder töten, lasse ich euch mit flüssigem Gold übergießen und verscharren. Die Notiz ist versiegelt und mit der Klaue eines Raben gestempelt. Hallo Freya. Hier, ich habe ein paar Notizen gefunden. Ich habe ein paar Beispiele mit einem Beispiele. Ich muss auf die Neu-Azegarth gehen und sprechen mit den Tribalnisten. Nein, die Stadt ist ein Bore, eine Erich. Ich muss selber gehen. Und, hör bitte, ich habe einen Beispiele zu dir. Ich bin kein Beispiele. Nicht mehr. Sehr gut. Sie kalt mich Valkyrie, nach den Warrior-Women von unseren Myths. Als wir getötet wurden, habe ich eine Wunde in den Arm genommen. Es festerte, und ich war lange Zeit, um mich zu retten zu retten. Wenn ich das getan habe, habe ich verloren, meine Wunde hat nie wirklich gescheitert. Und meine Wunde zu kämpfen ist alles, aber es ist weg. Angvar wurde nicht nur weil er lecker, sondern weil ich nicht kämpfen kann. Jupp. Jupp. Okay, wir sollen also auf sie warten in ein paar Tagen. Wenn es so ist wie auf dem Beta-Server, heißt das, wir warten acht Stunden. Hast du hier was Feines, was wir mitnehmen wollen? Ach, nehmen wir alles mit, ne? Das heißt, wir können jetzt acht Stunden warten. Ja, hallo, da ist Freya nach acht Stunden bei uns erschienen. Ja, hier sind. Ja, hier sind. Not a bad place you have here. Und die Mead ist nicht horse-piss, wie sie in New Azagarth sellen. Sie wissen nichts. Nichts. Which is strange, considering Stormwatch is usually patrolled from New Azagarth. Don't be daft. I won't give up on Angvar. He never gave up on me. What I am saying is there is something strange going on in New Azagarth. Because they know something and lied about it. Every time I asked about that witch, Hulda, they clamped up. It's almost like they were scared. Which doesn't make any sense. Our tribe was never fearful. So I need to figure this out. Now, I'm going to get my skills back. Then, I'm going to get my strength back. And then, I'm going to get my man back. And you're going to help. Good. Then hear me well. I had a lot of time to think on the way to New Azagarth. And I realized that I've been letting this wound hold me back. My father would never have allowed this moping. He taught me how to fight. To hunt. And he taught me how to heal. He would tell me to fight this. To take up my sword and relearn my path. One swing at a time. So let's go. I have training to do. I need you to watch my back while I find my way. Oh, and laugh at me and I'll put seven inches of steel through your guts. Yeah? Good. Meet me at my hovel when you're ready to hunt. Alles klar Freya. Ich werde dich abholen auf die Jagd. Dann schauen wir mal, was Freya für uns hat. Hallo Freya. Hasen. Da ist ein Hase. Oh. Oh. Wie viele Hasen brauchst du denn? Oh. Oh. Okay. There we go. That's enough. Let's talk. That's enough of the easy stuff. Let's hunt some animals. Animals that fight back. I think I'm ready for that. After my mother died, he wasn't sure what to do with a young daughter. So he raised me like a son. Taught me to fight and kill. When the Stygians came, the ones who brought us here, he wouldn't stop fighting. Even when they had beaten the rest of us, he forced them to... I like to think that he knew what he was doing. That some part of him understood what the future was and wanted no part of it. All this talk of him brings to mind a poultice he taught me. Best wound salve he ever used. Perhaps we should keep an eye out for the ingredients. Fire moss, singe root, and Atali's kiss. What? I don't know if they grow here at all. But if they do, we'll find them in caves and shady places. Let's get going. If I see any of the ingredients I need, I'll let you know. Also, wenn Freya ein bisschen was töten will, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier runter und gucken, was wir dort finden an Wölfen und so weiter. Ah, yes. Another ingredient. Was? Ah. Okay. There we go. Got it. Fine. Guck mal, da ist ein Tier. Können wir das ein Bit nehmen? Ah, yes. Another ingredient. Na, was hast du denn jetzt? Was genau sie da erntet, ist es nicht wirklich klar, ne? There we go. Got it. Okay. Da hat es die ganzen Tiere weggeregnet oder was? Wieder stehen geblieben? Ah, ja. Hallo. Jetzt kommt sie wieder mit. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Wölfe oder irgendwas. Was? Der hinten war Wölfe zu tief. Okay, reicht ihr immer noch nicht? Na gut. Dann gehen wir weiter. Da hätten wir noch was für dich. Na komm her, hier. Sehr gut. Guck mal hier. Du bleibst mal da stehen. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Ich muss was trinken. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Wo ist sie? Hä? Gleich zwei dämonische Wölfe nacheinander. Ah, gut. Immer noch weiter. Gut. Hier, guck. Mehr Wölfe. Ich glaube, das ist das letzte, was wir jetzt brauchen. Ja. Kann ich das überhaupt ernten? Nee, aber du vielleicht. Junge, 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 das war jetzt eine schwere Geburt. Die Quest hatte sich aufgehängt. Hier an der Stelle. Freya stand da und stand da und stand da. Und ich bin dann heute Morgen nochmal zu ihr hin. Und wir hatten eigentlich alles erledigt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was soll's. Dann muss ich eben alles nochmal machen. Muss nochmal acht Stunden warten, weil diese Cheat-Commands auch, die es ja auf dem Beta-Server gab, hier für mich zumindest nicht funktioniert haben. Na gut. Aber jetzt hat sie gerade gesagt, okay, das war genug und ich soll mit ihr sprechen, um weiterzumachen. Also das war jetzt echt eine schwere Geburt. Das hat jetzt gedauert mehr als 16 Stunden, bis ich diesen zweiten Teil beenden konnte. Finde ich das lustig? Nein. Das muss ich jetzt mal sagen. Also ich war wirklich, wirklich sauer. Aber erst musst du so lange warten, nur um dann irgendwie ein paar Hasen zu jagen oder so. Und dann, ja klar, ist da natürlich irgendwo der Wurm drin, ist ja klar. Naja. Okay. Was ist? So ist es halt. So, also jetzt kommen die nächsten acht Stunden und das Video wird eben nicht heute online gehen, sondern hoffentlich morgen, falls es nicht wieder einen Bug gibt. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das lange gemacht. Ich habe das schon lange gemacht. Ich bin aus, body und soul. Meine Wund ist trobben, und ich kann nicht die blöde Gedanken weg. Ich kann nicht die blöde. Ein Schäden liegt in meinem Kopf, und ich kann es nicht schmerzen. In der Vergangenheit, action war genug. Jetzt mache ich alle Bewegungen, als wenn ich durch ein Darkmire bin. Nein. 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 Ich brauche nur ein Rest. Ich werde meine spiriten zurückkommen, und wir finden und retten, Angvar. Wir müssen. Ich werde dich aussehen, wenn ich bereit bin. Ich werde dich aussehen, wenn ich bereit bin.